Probieren wir die Produkte zusammen aus? Na logo! Wir fangen erst einmal an mit dem Primer. Diese verteile ich mir hier an dem T-Zone-Bereich und arbeite das einfach mit den Fingern ein. Jetzt trage ich ein bisschen Foundation-Puder auf. Jetzt kommen wir zum Bronzer. Den habe ich aber selber auch, also trage ich den auch. Und den hier könnt ihr auf Instagram gewinnen, also folgt mir dort. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsprodukt und zwar den Highlighter. Ich bin so gespannt. Ich komme nicht mehr klar. Jetzt kommen wir zum Brown-Setter und der sieht so edel aus. Der Vergleich ist not bad. Die Mascara hat ein richtig schönes Bürstchen. Einfach der Unterschied. Und zum Schluss noch Setting Spray. Und das Gewinnspiel ist jetzt online, also let's go!